So, das ist mein neuer Monitor, der Samsung SimpMaster 2494 Full HD 1080p Auflösung, 50.000 zu 1 Kontrastverhältnis, 5 ms Response Time und 23,6 Zoll in der Breite. So, packen wir den mal aus. So, hier haben wir das BVI-Kabel, Beliebungsanleitung und Software, das VGA-Kabel, Stromkabel, Standfuß und den Befestigungsarm für den Monitor. Das geht einfach so da rein. Da ist dann noch so eine Befestigungsschraube, um die beiden Ständerteile zu verwenden. Dann wird dann einfach so da drüber geschoben. So, jetzt nehme ich einfach mal das Stromkabel von meinem alten Grundtor und das alte BVI-Kabel. So, starten wir doch einfach mal ein 16 zu 9 Video auf YouTube. Und jetzt sehen wir, der ganze Bildschirm wird ausgefüllt. Keine Balken zu sehen. So, jetzt sind wir erst mal los.